Egal welche Gefahren Uns antreffen werden Untertitelung des ZDF, 2020 Drecksdinger Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ohne sie hätte ich das nicht gefunden Ah ne, ich helfe dir Komm Zack Das sieht immer so brutal aus Und ich es einfach so fallen lass Ah ne? Und ich helfe dir Ich helfe dir Oh, es wird wieder dunkel Ja, ich helfe dir So, jetzt sind wir Arnie Deine Sensoren zeigen, dass die Station ein gestörtes COM-Modul hat Kannst du dies prüfen und reparieren? Das ist jetzt schon wieder Ja, ich helfe dir das Alter Alter Ich helfe dir das, 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 ich So. Das war's für heute. Dann nach Süden. Aber es könnte ein Claim-Problem geben. Kaum noch Energie. Kleines. Kaum noch Energie. Sprint-Modus deaktiviert. Nur noch 20% deiner maximalen Akkuladung verfügbar. Zum Aufladen benötigt du Energiezellen. Den Rest muss ich dann so tot schlagen. Ach Süße, jetzt mach doch ein bisschen mit hier. Du kannst doch runterrollen. Jetzt gehst du mal wirklich auf den Sack. So, jetzt komm. Im Ernst jetzt? Meine Energie ist nämlich schon auf 20%. Ja. 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 Komm schon, komm schon, komm schon, oooohhh Boah, weißt du was, ich lass dich jetzt oben liegen Ey, die kann doch einfach runterrollen, ist das so schwer zu verstehen? Dann kriegst du halt ein bisschen Schaden, na und? Da repariere ich sie wieder Ey, ich hab doch gerade Und So 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 Nein, habe ich nicht. Boah, wie lange hält der Sturm noch an? Okay. Bist du? Ja, bist du. Oh, wieso treffe ich das hinten nicht? Ich... Feuer schmeiß ich zuerst runter. So. Nein, 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 nein. Ach, come on! So. 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 Keine Ahnung, was das heißt. Aber ich hoffe, sie kann kämpfen. Und es wäre... Äh, was? Wir haben vergessen, wie vergessen funktioniert. Okay, ich kann das zuerst mal ablenken. Schnell Akku nachladen. Ah, sie kann auch kämpfen. Boah, wie sie böse guckt, ey. Also rot heißt anscheinend auch angreifen. Das ist interessant. Das ist interessant. So, da haben wir noch ein bisschen gefunden. Davon noch etwas. Zu riskieren, dass ich ausgehe, war echt enorm wichtig, weil... Ja, ich hätte es nicht gemacht, als hätte mich das angegriffen. Angriffen. Du bist ganz einfach nicht. Ich habe auch nicht gewusst. Aber das ist ziemlich schön. Und da wird die Länge wieder aufziehen. Okay, dann geht's das. Das ist einfach so richtig. So, okay. 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 So, vielleicht finden wir wieder ein paar Schriften. Ist hier eine kleine Siedlung. Da oben. Okay. Energiesparung rettet Leben. Den Hügel gehe ich nicht zu nah, das sieht mir ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Okay, kommen wir nicht hoch. Oh. 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 Okay. Ach, die beten wir uns schon verkraften. Yep. Da gibt es eine Anomalie in deiner Speichereinheit, Iron. Aus mir unbekannten Gründen nimmt Tetrarium nicht den Speicherplatz ein, den es sollte. Tatsächlich benötigt es nur minimal Speicher, sodass die Limitierung für Tetrarium nicht gilt. Oder einfacher, du kannst so viel davon tragen, wie du willst. Okay. Ganz schön viel leuchten da unten. Nein, 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 nein. Wow. wie zum teufel komme ich da hoch es geht mir langsam auf den Sack Leute gibt mir bessere feste Wege oder eine Minimap eine Minimap wäre echt gut jedes Mal alle 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 Untertitelung des ZDF, 2020